Kunst in Loft ist mein Atelier, in dem ich arbeite. Einmal in der Woche treffe ich mich mit meinen Kolleginnen, um gemeinsam zu arbeiten. Wir können uns gegenseitig unterstützen. Der Kontakt ist sehr wichtig, dass man einen Austausch hat. Eigentlich ist man sehr einsam in seinem Atelier als Künstler. Ich bekomme jeden Tag so viel Eindrücke und Inspiration aus der Natur, so ist es mir ein Bedürfnis, das zu malen, um so an meine Mitmenschen weiterzugeben. Kunst bedeutet für mich das Ausleben mit den Farben. Die Inspiration hole ich mir von der Natur und versuche es dann in abstrakter Form oder in naturalistischer Form zu setzen. Vernissage Kunst im Loft ist am 6. November, im Diätikon. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet.